Hallo ihr Schülkröten. Es geht weiter mit dem Buchpreislesen. Wir sind inzwischen bei der Shortlist angekommen, die letzte Woche verkündet wurde. Und wenn ihr meine Bücher verfolgt, dann wisst ihr, dass ich drei Bücher der Shortlist schon gelesen habe. Und zwar Fatih von Monika Helfer, Identity von Mithus Sanyal und Blaue Frau von Antje Ravik Strubel. Blaue Frau von Antje Ravik Strubel ist bisher mein absoluter Favorit. Ich wünsche mir sehr, dass dieses Buch gewinnt. Nun fehlen mir aber auch noch drei Bücher, beziehungsweise jetzt nur noch zwei Bücher. Der Shortlist, die ich auch alle drei noch lesen will, beziehungsweise eins habe ich schon gelesen, und zwar dieses hier. Thomas Kunst, Zancho Erklinken. Darum soll es in dem heutigen Video gehen. Und ehrlich gesagt, nach meinem jetzigen Stand ist es mein zweiter Favorit. Also sollte es Blaue Frau nicht werden, kann es gerne dieses werden. Ich könnte aber, also ich könnte auch damit leben, wenn es Identity und Fatih werden. So ist es nicht. Das sind beides gute Bücher. Aber, Blaue Frau, ihr wisst es, mein Herz schlägt sehr dafür. Dieses Buch hier hingegen, mein Herz weiß gerade noch nicht, was es damit machen soll, ehrlich gesagt. Ich warne euch vor, dieses Video wird ein bisschen länger werden, weil Zancho Erklinken von Thomas Kunst ein Buch ist, was man nicht einfach erklären kann. Und in dem so viel drinsteckt, so viel Intertextualität und so viele Themen und so viele kleine Geschichten, Anreißer, die man nachrecherchieren kann und die sich dann quasi weiter noch entfalten, wenn man das denn möchte. Dass es mir erstens schwerfällt, überhaupt über dieses Buch zu sprechen. Ich zweitens aber unbedingt über dieses Buch sprechen muss, weil es mich gleichzeitig unglaublich geschafft und unglaublich begeistert hat. Und drittens, man gar nicht alles erfassen kann bei einem Mal lesen, glaube ich. Also es gibt auch für mich immer noch Stellen in diesem Buch, die sind mir noch nicht richtig klar. Anderes habe ich bestimmt auch überlesen. Ich habe auch sehr lange gebraucht für dieses Buch. Ich habe zwei Wochen daran gelesen, was lang ist für mich. Aber das muss man auch bei diesem Buch. Ich glaube, wenn man das zu schnell liest, dann verpasst man noch mehr, als ich jetzt schon verpasst habe. Weil es ganz schwierig ist, all diese Dinge, die Thomas Kunst darin verarbeitet, zu erfassen. Und ich versuche jetzt trotzdem mal ein bisschen aufzudröseln, worum es in diesem Buch geht, beziehungsweise was die Themen sind, die zumindest ich erkannt habe oder die ich glaube, erkannt zu haben. Man weiß ja auch immer nicht, ob das dann so richtig stimmt. Erzählt wird in diesem Buch auf jeden Fall von Bengt Klaassen. Bengt Klaassen ist eine Figur, die sich Thomas Kunst bereits für einen seiner anderen Romane ausgedacht hat. Und zwar heißt der Strandkörper ohne Venedig. Das ist, finde ich, auch ein sehr schöner Titel. Und es ist auch ein Buch, was ich jetzt unbedingt lesen möchte, weil ich noch mehr von Bengt Klaassen lesen möchte und überhaupt von Thomas Kunst. Thomas Kunst ist auch Lyriker, wurde als Lyriker auch schon mehrfach ausgezeichnet. Und auch seine Lyrik interessiert mich sehr. Denn Anklänge davon finden sich in diesem Buch immer wieder. Dieses Buch ist unglaublich lyrisch. Dazu kommen wir aber später noch. Erzählt wird also von Bengt Klaassen, der in Levenhauk lebt. Davon erzählt auch das andere Buch. Und jetzt in diesem Buch bricht er aus Levenhauk. Seine Hündin Weißäuglein ist gestorben. Mit seiner Partnerin ist irgendwas vorgefallen. Ich habe es so rausgelesen, dass da irgendwie ein anderer Mann im Spiel ist. Ich weiß es aber nicht genau. Jedenfalls ist er fertig mit diesem Ort. Es ist Zeit für einen neuen Lebensabschnitt. Und er nimmt seine Sachen, packt sie in sein Auto, fährt los und er packt das Halsband von Weißäuglein auf sein Armaturenbrett. Und er sagt, wenn dieses Halsband runterfällt, dann bleibe ich dort in diesem Ort, an dem es eben runterfällt. Und er fährt extra langsam, damit es nicht so schnell runterfällt. Hat sich auch ein paar Regeln gegeben. Also das heißt, er hat drei Versuche. Wenn er zum Beispiel neben einem einem Fluss ist und da fällt das Halsband runter, dann will er dort natürlich nicht bleiben, sondern er will schon in einem richtigen Ort, in einem zivilisierten Ort, sage ich jetzt mal, bleiben. Und dann fällt dieses Halsband eben in Sancho runter. Das ist ein Ort, den sich Thomas Kunst ausgedacht hat, ebenso wie Levenhaug übrigens. Levenhaug liegt in Norddeutschland. Ich glaube, Sancho immer noch. Ich bin mir aber nicht so sicher. Ich glaube, so weit ist Bengt Klaassen nicht gefahren. Jedenfalls landet er in Sancho. Und Sancho ist eine Art utopischer Ort. Ich habe mir ein Interview mit Thomas Kunst angesehen. Das verlinke ich euch unten in der Infobox. Das ist sehr spannend, gerade wenn ihr dieses Buch gelesen habt. Mir hat sich da noch mal ein bisschen mehr erschlossen. Und darin hat er erklärt, dass Sancho ist ein Ort, der ihm einfach gekommen ist. Und er hat über Sansibar nachgedacht. Und über Sancho und Sansibar und Sancho haben für ihn den gleichen Wortstamm. Und nicht nur, dass es in diesem Buch auch um Sansibar geht, dazu kommen wir gleich noch. Sondern Sancho und Sansibar verschwimmen als Orte auch immer wieder miteinander. Es heißt, glaube ich, auch im Buch irgendwann, Sancho ist Sansibar. Gleichzeitig ist Sancho aber auch nicht Sansibar. Und der Name Sansibar taucht in Sancho auch wieder auf, was daran liegt, dass es dort einen Getränkemarkt gibt, einen Getränkeladen, geführt von dem Bewohner Wolf. Und der eher billige Biere verkauft unter anderem, die er aber mit neuen Etiketten versehen hat. Und die so viel wohlklingender und schöner und exotischer klingen, als sie es eigentlich sind. Und dieser Wolf hat im Hinterraum des Getränkemarktes eine hochmoderne Sonnenbank. Und dort dürfen die Bewohner sich sonnen, wenn sie eben Bier gekauft haben. Und diesen Ort nennen sie Sansibar. Es gibt dort irgendwie auch Flamingos und es ist alles ein bisschen exotisch. Und es ist quasi ein kleiner Mini-Urlaub innerhalb dieses utopischen Dorfes. In diesem Dorf wohnen lauter BewohnerInnen, die ähnlich wie Ben Klaassen irgendwie dort gestrandet sind. Die irgendwie vor den Trümmern ihres Lebens standen. Die jetzt dort sind, die meisten von ihnen verdienen, also haben keine Arbeit, sondern leben von Stütze. So heißt es im Buch. Das ist ihnen aber egal. Sie können eben von diesem Minimalbetrag leben und sie machen sich, sie bauen sich in Sancho quasi ihre eigene Welt. Dieser Ort folgt ganz strengen Wochenplänen. Also jeder, an jedem Tag gibt es so etwas wie eine Gemeinschaftsaktion. Da wird zum Beispiel eine U-Bahn-Fahrt simuliert und dann fährt der ganze Ort mit dieser U-Bahn. Da dürfen dann immer nur ein paar BewohnerInnen in dem U-Bahn-Wagen sitzen. Die anderen rütteln quasi außen an dem Wagen und simulieren so die Fahrt. Es gibt dann verschiedene Gimmicks, die sie auf dieser Fahrt machen. Es gibt Europakonferenzen, die abgehalten werden. Es gibt eine seltsame Tradition, Plastikschwene auf den Feuerlöschteich zu setzen und dann zu gucken, was machen diese Plastikschwene. Es ist so eine Art Wettbewerb unter den BewohnerInnen, was die dann tun. Und so zeichnet Thomas Kunst quasi ein Porträt dieses Ortes. Das tut er aber nicht linear, sondern wie alles in diesem Buch präsentiert er auch diesen Ort immer in kleinen Häppchen, in kleinen Puzzleteilen. So habe ich das jetzt mal genannt. Und diese Puzzleteile setzen sich nach und nach eben zu einem großen Bild zusammen. Und damit ihr mal einen Eindruck bekommt, wie es in diesem Dorf aussieht, möchte ich euch mal was vorlesen. Und zwar ist das das Kapitel 7 Sansibar. Und ich habe es überschrieben mit Wochenplan in Sancho. Wolf, also der Getränkeladenbesitzer, der macht diese Regeln. Der hat diesen Wochenplan entworfen. Wolf hat einen strengen Wochenplan entworfen, um den Tagen Struktur und Würde zu verleihen. Sämtliche Dorfbewohner nehmen daran teil, um den Anschluss an die reale Welt nicht zu verlieren. Montags dient ein ausrangierter Bauwagen als U-Bahn-Waggon, in dem zehn Menschen Platz finden. 20 Einwohner stehen etwa zehn Meter entfernt an einer Linie und stürmen nach einem Tonsignal in das Gefährt. Die sieben bis zehn Menschen, die es nicht in das Abteil geschafft haben, simulieren durch ein starkes Rütteln am Waggon das Losfahren bis ins Stadtzentrum. Am Dienstag wird trainiert. An einem wiederbelebten Geldautomaten zwischen den Bäumen am Feuerlöschteich keine Scheu zu haben, sich in vier bis fünf unterschiedlichen Sprachen zurechtzufinden, um in der Welt nicht leer auszugehen. Mittwochs findet immer die Europakonferenz in den ehemaligen Arbeiterwohnkomplexen statt. Diskussionen über soziale Gerechtigkeit, Altersdemut und Selbstverteidigung, Theorie und Praxis, Lehrbücher und Turnmatten, internationale Fachreferenten aus Rastede Berlin und Rüster-Siel kommen hier zu Wort. Am Donnerstag werden Konzentration und Fortbewegungsmagie geschult. 20 Zanchoer setzen an der Küste 20 identische Plastikschwene aus und übernehmen zwei Stunden lang die Patenschaft über sie, indem sie sich so an Land bewegen wie die Tiere auf dem Wasser. Um allzu plumpe Körperreaktionen, die zu Gelächter führen könnten, zu verhindern, wird vor diesem Training mittels asiatischer Videofilme angeregt, Tanz- und Tai-Chi-Einlagen in die Bewegungen an Land mit einfließen zu lassen. Es ist strengstens untersagt, den jeweils eigenen Schwan mit Stiften oder Klebematerial zu kennzeichnen. Es steht jedem Einwohner frei, seinen schwimmenden Gefährten einen Namen zu geben, um ihn bei Unbeherrschtheit auf See oder ähnlich Gelagerten zu Widerhandlungen gegenüber seinen Mitstreitern zur Raison zu rufen. Ich nenne meinen Schwan Golli. Bei starkem Wind wird die Übung auf drei Stunden ausgedehnt. Wolf hat die Tiere aus Höverlake holen lassen aus einem Lager für Strandutensilien und Badezubehör. Bei der Anlieferung wäre es beinahe zu leichten Tumulten gekommen, bis sich endlich alle davon überzeugt hatten, dass sich die Tiere auf der Ladefläche bis aufs Haar glichen. Das war gar nicht so einfach, da jedes einzelne Exemplar in milchige Plastiktüten gehüllt auf der Seite lag. An den Freitagen soll jeder der Ortsansässigen mit Papier, Streichhölzern, Früchten und Kalendersprüchen demonstrieren, wie der Weltuntergang manipulativ aufzuhalten sein könnte. Das Wochenende ist allein der Naherholung an der Küste vorbehalten. Die Welt ist das Größte auf der Erde, fragt doch die Halsbänder. Es entsteht auf dem Herd. Da habt ihr mal so einen ersten Eindruck auch von dem Sprachrhythmus, den Thomas Kunst so schafft, der mir persönlich sehr gefallen hat, dem ich mich auch einfach irgendwann hingeben konnte. Also ich habe am Anfang immer sehr versucht, dieses Buch krampfhaft zu verstehen und zu verstehen, was er mir mit jedem seiner Kapitel sagen will. Und irgendwann habe ich verstanden, dass sich das wahrscheinlich erst am Ende irgendwie alles erschließt beziehungsweise sich immer mehr zu einem Bild zusammensetzt. Und dann habe ich angefangen, mich einfach diesem Rhythmus hinzugeben und einfach mitzugleiten mit seinen Worten. Und dann fiel es mir viel leichter, dieses Buch zu lesen und da irgendwie auch reinzukommen und mich einfach einzulassen auf all diese Wundersamkeiten, die er da so beschreibt. Das ist jetzt übrigens quasi eine Zusammenfassung dieser Rituale. Vorher gab es immer kleine Abschnitte, die nur eines dieser Rituale beschrieben haben. Und das ist auch etwas, was Thomas Kunst in diesem Buch ganz oft macht, dass er erarbeitet sowieso viel mit Wiederholungen. Also manche Absätze werden absolut identisch mehrmals wiederholt in diesem Buch, so wie Refrain eines Songs oder sowas. Manchmal werden Absätze aber auch wiederholt und dann werden sie ergänzt. Oder Absätze werden wiederholt und es werden andere Absätze dazugepackt. Und somit folgt auch eine kleine Zusammensetzung von vorher kleineren Puzzleteilen zu einem großen, größeren Puzzleteil. Und das ist jetzt hier schon ein größeres Puzzleteil dieses Ortes. Ich hoffe, ihr versteht einigerweise, was ich meine. Es werden auch verschiedene BewohnerInnen dieses Ortes beschrieben. Und was ich auch sehr schön fand, es gibt einen Bewohner beziehungsweise zwei. Die sind so ein bisschen wie Märchenfiguren, so wie der kleine Klaus und der große Klaus. So gibt es auch den kleinen Grabosch und den großen Grabosch. Und er beschreibt irgendwann, wie der kleine Grabosch in dieses Dorf kommt. Und diese Partie ist genauso aufgebaut, wie der Anfang des Buches, in dem beschrieben wird, wie Ben Klaassen eben nach Sancho kommt. Also es ist quasi, man weiß dann nicht, okay, hat der jetzt einfach eine andere Perspektive eingenommen? Ist der kleine Grabosch vielleicht sogar Ben Klaassen? Oder eben ist es eine Figur dieses Dorfes, die einfach nur genau dem gleichen Rhythmus folgt und eben auch so eine gestrandete Figur ist? Und das ist ein Stilmittel, das ich unglaublich mochte. Ich muss aber auch gestehen, dass mir manchmal, wenn sich Absätze zu oft wiederholt haben, also an einer späteren Stelle immer wieder kommen, manchmal dachte ich auch so, naja, so kann man halt auch Seiten füllen, wenn sich einfach nur ein Absatz immer wiederholt. Gleichzeitig war ich unglaublich dankbar, weil ich dann manchmal Absätze erst richtig verinnerlicht hatte oder eben durch dieses Wiederholende, so wie ein Refrain, einem dann auch nochmal bewusst wird, okay, das ist jetzt irgendwie wichtig und da entstehen Bilder, die wichtig sind für dieses Buch. Also am Ende war ich sehr versöhnt mit diesen Wiederholungen, auch wenn sie manchmal identisch waren und manchmal eben auch nicht. Und auch das ist das Schöne an diesem Buch, dass man das sich erschließen kann. Wo sind die Wiederholungen identisch? Wo sind sie es nicht? Wo wird was ergänzt? Wo wird vielleicht was umgestellt? Warum passiert das so? Das hat mir irgendwann unglaublich viel Spaß gemacht, muss ich gestehen. So, das haben wir also zum einen, dieses Porträt des Ortes. Was wir dann haben, ist so etwas, was Thomas Kunst nennt, das Rehtagebuch. Und darin erzählt er von einem Reh, das nach Kolumbien geht, Spanisch lernt und dort Taxifahrer wird. Und wir erfahren immer wieder in verschiedenen dieser Puzzleteile, dass dieses Reh dort Taxi fährt, was sein Startkapital ist. Dieses Startkapital ändert sich dann immer wieder. Es kommen Sätze vor, die sich immer wiederholen. Auch dieses Reh-Motiv ist ein immer wiederkehrendes Motiv und auch da werden Absätze immer wiederholt. Und ich habe mich am Anfang gefragt, was will er denn jetzt mit diesem Reh in Kolumbien? Ausgehend von diesem Reh macht Thomas Kunst aber verschiedene Dinge. Erstens erzählt er anhand dieses Rehs die Biografie von Ben Klaas nach. Er erzählt Kindheitserinnerungen. Und manchmal hatte ich den Eindruck, diese biografischen Passagen sind vielleicht sogar autobiografisch. Denn ähnlich wie Thomas Kunst ist auch Ben Klaas im 1975 geboren. Ich glaube auch in Strahlsund. Ähnlich wie Thomas Kunst ist Ben Klaas jemand, der ab und zu Gedichte schreibt. Und ich hatte das Gefühl, vielleicht hängt das irgendwie miteinander zusammen. Muss nicht sein, könnte aber. Jedenfalls erzählt er von dieser Reh-Geschichte ausgehend von Ben Klaasens Mutter, zu der er ein unglaublich indignes Verhältnis hat, so wie sich das rausgelesen hat oder hatte. Inzwischen sind seine beiden Eltern verstorben. Er erzählt von Telefonaten mit seiner Mutter. Er erzählt von Klinikaufenthalten von seiner Mutter. Und ich glaube, seine Mutter war psychisch nicht ganz gesund. So habe ich es jetzt herausgelesen. Es kann auch was ganz anderes bedeuten. Aber so habe ich es herausgelesen, weil sie immer irgendwie wieder in der Klinik war. Er erzählt von seiner Schwester, die irgendwann da war und die seinen Vater immer lieber hatte. Und irgendwann kommt eben raus, dass sein Vater wahrscheinlich gar nicht sein Vater ist, sondern dass er einen anderen Vater hatte und dass er deswegen auch nicht so ein gutes Verhältnis zu seinem Vater hatte, aber seine Schwester schon. So wie ich es herausgelesen habe, hat der Vater irgendwann die Familie verlassen. Am Ende war einer der Elternteile dement. Ich glaube, der Vater. Das verschwimmt aber so ein bisschen. Auch das sind Passagen, die müsste ich vielleicht nochmal lesen. Und er erzählt immer wieder von seiner Schwester. Von seiner Schwester, mit der er SMS schreibt. Und was Thomas Kunst dann auch macht, ist eine Intertextualität herstellen zu dem Märchen, zu dem Grimmschen Märchen Brüderchen und Schwesterchen. Immer wieder redet er eben von seinem Schwesterchen. Und da erschließt sich dann auch, warum er ein Reh ist. Denn in Brüderchen und Schwesterchen verwandelt sich ja der Bruder in ein Reh, weil er eben von dieser Quelle trinkt. Es gibt ja diese drei Quellen in dem Märchen. Die eine, er hätte sich in einen Tiger verwandelt, davon trinkt er nicht. Dann bei der nächsten, wer von mir trinkt, der wird ein Wolf. Von der trinkt er auch nicht. Und von der dritten, wer von mir trinkt, der wird ein Reh. Und von dieser Quelle trinkt das Brüderchen dann, obwohl das Schwesterchen ihm sagt, du darfst nicht davon trinken, weil dann wirst du ein Reh, aber er tut es, weil er so einen Durst hat. Also ist er dieses Reh und sein Schwesterchen ist eben das Schwesterchen, das goldene Strumpfband, das Schwesterchen dem Brüderchen um den Hals bindet, um es zu führen, spielt auch eine Rolle. Und was ich ganz spannend fand, war eben auch dieses Spiel mit diesen drei Quellen. Also welche Quelle trinkt man? Welches Tier möchte man werden? Es ist immer wieder die Rede davon, wenn er ein Tiger geworden wäre, dann wäre diese Geschichte ganz anders ausgegangen. Dann wären jetzt alle tot, weil er sie zerfetzt hätte und solche Dinge. Aber er ist eben das Reh geworden, ein stilles Tier, ein Tier, das Lyrik schreibt, das Spanisch lernt, das in Kolumbien Taxi fährt. Und das ist unglaublich schön, diese intertextualen Bezüge sich langsam herauszuklauben. Was auch immer wieder eine Rolle spielt, sind Briefe. Es geht um Briefe, die gelesen werden, die zerrissen werden, in denen man verschwindet, in denen man sich selbst zerreißt. Und die immer von verschiedenen Jahren erzählen. Ich glaube, aus dem Leben von Ben Klaassen. Wie gesagt, auch mir hat sich noch nicht alles erschlossen. Das heißt, es geht ganz viel auch um Textformen in diesem Buch. Also um Lyrik, um Märchen, um Briefe, um Prosa eben auch. Und auch das ist ziemlich spannend. Was auch spannend ist, dass dieses Reh ist in Kolumbien nicht nur Taxifahrer, sondern es ist auch Babysitter und zwar auf dem ehemaligen Anwesen von Pablo Escobar. Das ist zum Beispiel was, das habe ich nicht erkannt. Ich habe mich gewundert, weil in diesem Buch erzählt wird, ja, er ist Babysitter auf einer riesigen Hacienda, 3000, was war das, Quadratmeter. Und da gibt es einen Themenpark und Tiere und Nilpferde und einen Dinosaurierpark und einen Flughafen. Und ich dachte so, ha, was ist denn das schon wieder für eine Spinnerei? Und dann hat er eben aber in diesem Interview, was ich euch unten nochmal verlinke, gesagt, dass er gelesen hat über dieses Anwesen von Pablo Escobar und dass es dort einen Dinosaurierpark gab. Und ich habe das nachgelesen und das ist tatsächlich so, der hat sich auf einem riesigen Anwesen eben all das bauen lassen. Und das hat Thomas Kunz nicht losgelassen und der musste es eben aufnehmen. Und so ist dieses Reh eben auch auf dieser riesigen Hacienda. Und es gibt dort Dinosaurier und der geht mit dem Kind, auf das er aufpasst, eben durch diesen Themenpark. Und ich glaube, das Kind muss auch ein Tier erschießen. Ich weiß nicht, ob es ein Nilpferd war. Und es ging irgendwann auch durch die Presse, dass eben die Nilpferde, die dort gelebt haben, ausgebüxt sind. Und manche T-Shirts haben gesagt, ja, man müsste sie eigentlich erschießen, weil sie dort überhaupt nicht im richtigen Lebensraum sind und so weiter und so fort. Also auch das hat Thomas Kunz gemacht, dass er einfach Dinge, die er gelesen hat, irgendwo, die ihn bewegt haben, die nicht losgelassen, die sind einfach in diesen Roman geflossen. Und das sind alles Dinge, die kann man sich erschließen, indem man nachrecherchiert. Das ist überhaupt ein Ding mit diesem Buch. Man kann ganz viel über das Buch hinaus erfahren, wenn man Dinge nachschlägt. Man muss es aber auch nicht. Man kann dieses Buch auch lesen als eine reine Utopie, als eine Art Traumwelt von Ben Klaassen, als eine Art Traumwelt dieser BewohnerInnen von Sancho. Was ich auch sehr spannend fand. Schön fand ich übrigens auch diesen Dino-Park in Verbindung mit dem Reh, was mich dann wiederum an mein Lieblingstier heißt Winter erinnert hat, weil es ja dort auch ein Dino-Saurier-Park gibt, allerdings in Österreich und weil es dort um Reh-Ragu geht. Ich finde das einen sehr witzigen Bezug. Ich finde es auch witzig, dass die Hauptfigur hier schon mal in einem anderen Roman vorgekommen ist, so wie es bei Blaue Frau ja auch ist. Das Adina aus Blaue Frau ist ja auch eine Figur, die schon in Antiravik-Strubels unter Schnee vorkam. Auch diese intertextualen Bezüge sind wahrscheinlich zufällig, aber auch das fand ich irgendwie schön, wenn man diese ganzen Buchpreisbücher schon liest. Was Thomas Kunst außerdem macht, ist historische Bezüge herzustellen. Zum einen zu Sansibar. Es geht immer wieder um die Geschichte von Sansibar, um die Kolonialgeschichte, um das Sultanat in Sansibar, um ganz viel geht es um die Sklaverei. Also Sansibar war, oder überhaupt Ostafrika, ein großer Sklavenhandelspunkt, wie sagt man. Darum geht es ganz viel in diesem Buch auch um Sklavenhandel. Und auch das ist unglaublich spannend. Und auch das bekommt man immer in diesen kleinen Puzzlesteinen. Und auch das, ich habe dann irgendwann Sansibar mal gegoogelt, weil ich auch nicht richtig was über Sansibar wusste. Und dann hatte ich auch so diesen Aha-Effekt. Aha, so hängt das alles zusammen. Und schon habe ich wieder mehr verstanden. Also, ja, Nachschlagewerke und Google sind quasi der Lektüreschlüssel auch für dieses Buch, was ich sehr interessant fand. Es geht um Francis Drake. Es gibt hier auch wieder, ähnlich wie bei den Nibelungen, Filmbezüge. Es geht um eine große, ich glaube, um eine Francis Drake-Serie, die es wohl früher gab, die Ben Klaassen gesehen hat, zu DDR-Zeiten noch. Auch die DDR spielt immer wieder eine Rolle. Thomas Kunst ist ja auch quasi ein DDR-Kind, wenn man es so will. Auch das spielt immer wieder eine Rolle. Auch überhaupt Arbeiter, die Arbeiterklasse, wenn man das so nennen will, spielen immer wieder eine Rolle in diesem Buch. Wie überhaupt gesellschaftliche Themen. Und dabei nicht nur gesellschaftliche Themen historisch betrachtet, sondern eben auch weitergedacht. Es geht um Flüchtlinge. Es geht um Flüchtlingspolitik. Das Meer ist überhaupt ein großer, großer Themenkomplex in diesem Buch. Also, irgendwie wird auch eine Brücke geschlagen über Sklavenhandel, über das Meer natürlich, über die Flüchtlinge, die über diese Schlepperboote flüchten über das Meer, die das Meer nicht überleben, ähnlich wie eben Sklaven ja auch oft nicht das Meer überlebt haben. Diese Brücke wird geschlagen. Es geht um den Umgang mit geflüchteten Menschen, auch in Deutschland, was für merkwürdige Gesetze es gibt mit Sprachkursen und mit Aufenthaltsgenehmigungen. Es geht überhaupt um seltsame Gesetzesentwurfe. Es wird immer wieder von einem Gesetz gesprochen, das das Verursachen von Unfällen verbietet. Und dann geht es um eine bestimmte Geschwindigkeitsbegrenzung und solche Dinge. Also auch solche absurden Regeln greift Thomas Kunst immer wieder auf. Und es geht in diesem Buch auch um die Liebe, um das Einsamkeitsgefühl. Es geht um Online-Dating. Wie gesagt, Briefe spielen eine große Rolle in diesem Buch oder überhaupt Nachrichten. Und es geht eben auch um Online-Dating. Ben Klaassen bekommt Nachrichten von Frauen aus Sancho, beziehungsweise, glaube ich, auch aus der Umgebung, die ihm schreiben, ja, sie würden sich gerne mit ihm treffen. Er wiederum schreibt auch online kleine Briefe an Frauen oder an eine Frau zumindest und möchte sich mit denen treffen. Lustigerweise, und das ist vielleicht gar nicht beabsichtigt, aber ich musste bei Ben Klaassen immer an ein Lied von Reinhard Grebe denken, das auch, ich glaube, Benkt, Benkt heißt. Ich weiß nicht, ob Thomas Kunst auch an diesen Benkt gedacht hat, als er sich Ben Klaassen ausgedacht hat, aber auch das fand ich irgendwie wieder schön, dass diese Assoziation dazu kam. Vor allen Dingen bei diesen Online-Dating-Sachen. Und ich möchte euch auch da mal was vorlesen, weil ich da zwei Stellen sehr, sehr schön fand und sehr, sehr lyrisch vor allen Dingen. Und das ist einmal ganz am Anfang. Das war ehrlich gesagt so die Stelle, da war das erste Mal, dass ich dachte, oh, dieses Buch, ich könnte mich darin verlieben. Und der Abschnitt geht so. Du warst zuletzt um 3.14 Uhr online, zu einer Zeit, in der selbst Schiffe knien, die Straßenzüge geben sich den Anschein, Container in die Wallachai zu ziehen. Container sind in Wahrheit Halbwahrheiten. Wir lassen Lose zu und nehmen Drinks, erraten seelische Befindlichkeiten anhand von einer Reihe YouTube-Links. Kontakt zwischen Gelenken geht verloren, beim Werfen eines Steins an ein Metall der Siedlung, die sich dadurch leicht verschiebt. Du bist noch wach und dazu auserkoren, zu unterscheiden zwischen Dorf und All. Ich bleibe am Bildschirm, bis mich jemand liebt. Das fand ich sehr schön. Und dann gibt es später, ganz am Ende, auch nochmal eine Stelle, in der Bengt eben so eine Online-Nachricht schreibt. Und da lese ich euch den letzten Absatz mal vor. Ab und zu schreibe ich Gedichte über Liebe, Freundschaft und mein Leben auf dem Land. Du findest mich unter dem Namen Bengt1000. Kannst dich ja mal melden. Vielleicht können wir uns ja mal spontan zum Einkaufen in Höverlake treffen und uns eine Packung Macaroni mit Tomatensauce teilen. Ich freue mich auf deine Antwort. Ganz liebe Grüße, Bengt. Und ich finde dieses Und uns eine Packung Macaroni mit Tomatensauce teilen, Das mag banal und trivial klingen, aber ich finde, das ist eine der romantischsten Zeilen, die ich jemals gelesen habe. Ja, jedenfalls hat mich das sehr berührt. Und auch das finde ich wiederum sehr lyrisch. Also auch darum geht es, um viele gesellschaftliche Themen und eben auch so übergreifende Themen wie Einsamkeit oder Liebe. Oder eben auch, wie gestalte ich mein Leben? Wie geht die Gesellschaft auch um mit denen, die so ein bisschen ja hinter den Erwartungen der Gesellschaft zurückgeblieben sind? Also ihr habt es vielleicht auch schon gemerkt, in dem Abschnitt, in dem es eben um diese Rituale geht, in dem Ort, da geht es ja ganz viel darum, was erwartet die Gesellschaft von mir? Welcher Leistungsdruck herrscht eigentlich in der Gesellschaft? Was muss man alles können? Wie viele Sprachen muss man können? Wie viele Pins muss man sich merken? Wie viel über Politik muss man wissen? Wie politisch korrekt muss man sein? Denn auch darum geht es ein bisschen in diesem Ort, dass die Leute keine Fremden zulassen wollen. Sie wollen eigentlich Fremde da nicht haben. Und doch kommen immer wieder Leute, weil es sich immer herumspricht, was dieser Ort eigentlich ist und was dort gemacht wird und wie wohl sich dort die Menschen fühlen. Und es geht eben auch um diese Fremdenfeindlichkeit. Und was ist eigentlich Fremdenfeindlichkeit? Gleichzeitig sind sie auch fremdenfeindlich gegenüber Faschisten und Nationalisten. Und das fand ich auch wiederum sehr schön. Über den Stil habe ich jetzt schon ein bisschen immer verraten, um nochmal zusammenzufassen. Dieses ganze Buch ist hoch lyrisch in meinen Augen. Thomas Kunst wird immer wieder, also ich habe in mehreren Kritiken auch gelesen, dass dieses Buch, obwohl Roman draufsteht, eigentlich kein Roman ist. In dem Interview, was ich euch wie gesagt unten verlinke, sagt er, dass er darauf immer erwidert, ob das ein Roman ist oder nicht. Das bestimme er, jetzt schließlich der Autor. Das fand ich ganz witzig. Ich finde allerdings auch, dass es zumindest kein klassischer Roman. Und das sagt er eben auch in diesem Interview, dass er mit Absicht auch aus diesem linearen Erzählen ausgebrochen ist, weil ihn das unglaublich langweilen würde, so zu schreiben. Und, und das fand ich auch ein bisschen lustig, weil er sich die Schadenfreude gönnt, dass jetzt alle Leser und Leserinnen und auch das Föheton verwirrt es davon und versucht irgendwie da was hineinzuinterpretieren und daraus was zu lesen. Und ja, er dann auch so ein bisschen gespannt ist, was da eigentlich alles rausgelesen wird. Das fand ich ganz interessant. Es ist natürlich, aber für mich ist es schon ein Roman, weil ja auch, es wird ja eine Geschichte erzählt, wenn sie auch sehr fragmentarisch erzählt wird und eben anders, als man es gewohnt ist. Und das mochte ich aber auch, weil dieses Buch eben mit den gängigen Denk- und Lesegewohnheiten spielt und weil man halt sich völlig anders auf dieses Buch einlassen muss, als man es gewohnt ist und eben auch anders denken muss und anders aufpasst und vielleicht weniger Dinge überliest, weil man eben so intensiv und so langsam lesen muss. Und auch das ist ja eine Form von Kritik an diesem Schnelllebigen, was wir vielleicht in allem haben. Und ich musste dabei auch daran denken, wie man immer sagt, ich habe diesen Monat nur vier Bücher gelesen oder so. Und dass es aber ja auch nicht darum geht, wie viele Bücher schafft man in wie wenig Zeit, sondern dass es darum geht, die Bücher, die man liest, so intensiv zu lesen wie möglich und so viel daraus mitzunehmen wie möglich. Und ich finde, dieses Buch ist ein schönes Beispiel dafür, dass man eben, man könnte einen Monat an diesem Buch lesen und ich weiß nicht, ob man nicht trotzdem immer noch irgendwelche Dinge nicht erfasst hätte. Also ich finde, auch darum geht es irgendwie in diesem Buch. Ja, es ist ganz viel Intertextualität in diesem Buch. Wie gesagt, es gibt Bezüge, lyrische Bezüge, musikalische Bezüge. Es gibt Bezüge zu Märchen. Hans-Christian Andersens der Flaschenhals zum Beispiel spielt auch eine Rolle. Thomas Kunst erzählt dieses Märchen, das ich vorher nicht kannte, ich musste auch das also erst lesen, habe ich auch wieder was gelernt, erzählt dieses Märchen quasi in seiner eigenen Weise nach, greift aber immer wieder Motive auf aus diesem Märchen. Und das ist zum Beispiel ein Kapitel oder ein Abschnitt, den muss ich noch mal lesen, mit dem muss ich mich noch mal beschäftigen, muss auch noch mal das Andersen-Märchen lesen, um diese Bezüge herzustellen und um zu verstehen, was Thomas Kunst mir mit seinem Kapitel sagen möchte. Also Märchen, Briefe, Prosa, es geht auch um SMS. Es wird mit ganz vielen Wiederholungen gearbeitet, mit dem Mittel der ANAFA wird ganz viel gearbeitet. Und ich lese euch jetzt mal drei Abschnitte vor, die ein gutes Beispiel sind für diese Wiederholung, für diese ANAFA, die er oft verwendet als stilistisches Mittel und eben auch für diese Absätze, die sich wiederholen, aber immer in kleinen Variationen verändert werden. Und diesmal geht es um den Körper. Der Körper holt Luft, der Körper tickt. Der Körper ist oft Heimat schwarzer, mittelsamer Ränder. Meine Adresse ist ein internationales Halsband, mein Postfach ist ein Teich. Meine Hoffnung auf ein neues Leben ist eine Verschwörungstheorie. Meine Finger am Halsband sind Bestandteile einer altmodischen Hinhaltetechnik, aber in umgekehrter Reihenfolge. Ich bin jetzt tot, aber das ist gerade eure geringste Sorge. So, und dann geht es ein paar Seiten später. Ist das dann nochmal so ähnlich, aber eben anders. Der Körper holt Luft, der Körper tickt. Der Körper ist oft Heimat schwarzer, mittelsamer Ränder. Der Körper kann verlängerte Besuchszeiten für unsere Schmerzen garantieren, falls wir mit ihm kooperieren. Der Körper hat Golli. Der Körper macht sich keine Gedanken. Der Körper hat Regen vor dem Fenster. Der Körper hält Gott für einen Koordinator. Der Körper hat ein Halsband. Der Körper fickt und lacht. Der Körper verlangt nach Gott. Der Körper besitzt Geisteskräfte. Der Körper hat Todesangst. Der Körper zeigt dir die nächste Frau. Der Körper ist ein Vorbestrafter. Der Körper neigt zu Gewalt. Der Körper hält Sansibar und Kolumbien aus. Der Körper zählt Krisengebiete zu seinen Vorfahren. Und so geht das dann immer noch mal ein bisschen weiter. Und dann wird das am Ende auch noch mal aufgegriffen. Und dann geht es wieder. Der Körper holt Luft. Der Körper tickt. Der Körper ist oft Heimat schwarzer, mittelsamer Ränder. Übrigens finde ich diesen Satz Der Körper ist oft Heimat schwarzer, mittelsamer Ränder. Das ist einer meiner absoluten Lieblingssätze in diesem Buch. Der Körper kann verlängerte Besuchszeiten für unsere Schmerzen garantieren, falls wir mit ihm kooperieren. Der Körper macht sich keine Gedanken. Der Körper hält Gott für einen Koordinator. Der Körper hat ein Halsband. Der Körper fickt und lacht. Der Körper verlangt noch Gott. Der Körper besitzt Geisteskräfte. Der Körper hat Todesangst. Der Körper zeigt dir die nächste Frau. Der Körper ist ein Vorbestrafter. Der Körper neigt zu Gewalt. Der Körper hält Sansibar und Kolumbien aus. Der Körper zählt Krisengebiete zu seinen Vorfahren. Der Körper beteiligt sich montags am Großstadttraining. Der Körper hat in seiner leichtesten, von allen Zweifeln gereinigten Stunde mit Gott gesprochen. Gott hat genickt. Seine Sagittalebene schien auf die Themenwahl vorbereitet gewesen zu sein. Der Körper würde aber auch gern in Höverlake oder in Rüstersiel Zuspruch erfahren. Mein Körper ist in Sancho und Gott hat genickt. In all seiner muskulären Vollendungen, die klandestine Andersartigkeit seiner Hals- und Nackenpartie betreffend genickt. Und da ist es eben auch nochmal, da wird im Prinzip ganz viel aus diesem Buch in diesem Abschnitt nochmal zusammengefasst. Ich habe mir daran geschrieben, liebe das und ich liebe es wirklich. Also das ist einer der Abschnitte, die ich ganz, ganz toll finde. Und dann gibt es noch zwei Lieblingssätze in diesem Buch. Der eine Lieblingssatz ist Die Welt ist das Größte auf der Erde, finde ich einen ganz großartigen Satz. Und Ein Ozean ist nichts zum Gegenlehnen. Wie großartig ist dieser Satz, bitte? Ein Ozean ist nichts zum Gegenlehnen. Sind für mich auch so lyrische Sätze, die könnte man genauso gut in Gedichten finden. Und zu ganz guter Letzt noch eine Intertextualität, die ich auch sehr schön finde, in den Danksagungen. Es gibt übrigens nicht nur Danksagungen und eine Aufzählung über all die Musik, die Thomas Kunst gehört hat, während er dieses Buch geschrieben hat, sondern auch einen kleinen Register, in dem er nochmal ein paar Figuren aufzählt. Also Sir Francis Drake zum Beispiel oder Andreas Okopenko, einen österreichischen Schriftsteller und Lyriker, der auch ganz oft vorkommt in diesem Buch, den ich zum Beispiel auch nicht kannte. Björk kommt drin vor und ja, viele andere. Dann gibt es ein Abkürzungsverzeichnis und es gibt eben eine Danksagung und unter anderem dankt er in diesem Buch auch Lutz für langjährige Freundschaft und eine Gedichtstelle in seinem neuen Roman. Und mit diesem Lutz ist Lutz Seiler gemeint, der nämlich in Stern 111 Thomas Kunst erwähnt. Das wusste ich nicht, weil ich Stern 111 ja noch nicht gelesen habe, aber das habe ich wiederum in irgendeiner Kritik gelesen. Und auch das fand ich sehr schön. Auch, dass Thomas Kunst und Lutz Seiler befreundet sind, finde ich irgendwie schön. So, und jetzt ist dieses Video lange genug und ich könnte trotzdem noch ewig so weiterreden und ich könnte euch noch ganz viele Textstellen vorlesen, weil ich ganz begeistert bin von diesem Buch und vor allen Dingen von diesen Wiederholungsmustern, von diesen Refrainmustern, wie auch immer man es nennen will, von diesen Lyrik-Teilen, die irgendwie immer wieder vorkommen und ergänzt werden. Aber ich mache jetzt Schluss, ihr habt vielleicht trotzdem gemerkt, dass in diesem Buch unglaublich viel drinsteckt, dass das wieder mal und ich würde hier sagen noch mehr als die Nibelungen, kein Buch ist, das für alle ist. Man muss bei diesem Buch wirklich Lust haben, man muss Lust haben, sich auf dieses Buch einzulassen und das ist nichts, was man abends kurz vorm Schlafen gehen nochmal irgendwie zum Runterkommen und zum Beriesen liest. Nein, das ist ein Buch, in das man sich eingraben muss, bei dem man Lust haben muss, Dinge zu entdecken, bei dem man Lust haben muss, Dinge nachzulesen. Wie gesagt, man muss sie natürlich auch nicht nachlesen. Man kann all diese Ausschweifungen auch irgendwie als Gedankenreise, als Utopie, als Realitätsflucht begreifen und ich finde, dieses Buch ist eben Realitätsflucht und harte Konfrontation mit der Realität gleichzeitig und auch das muss man erst mal schaffen. Ja, und ich liebe es sehr und wenn es gewinnen würde, mir würde zwar trotzdem ein bisschen das Herz bluten wegen Blauer Frau, aber ich, ich, ja, wäre, wäre für mich sehr, sehr in Ordnung, weil, ihr seht, ich bin sehr begeistert von diesem Buch und es ist eines mehr von der insgesamt Longlist und jetzt von der Shortlist eben, das noch lange in mir nachhallen wird und mich wahrscheinlich noch eine Weile beschäftigen wird und darüber freue ich mich sehr und ich freue mich wirklich sehr, Thomas Kunst durch den Buchpreis dieses Jahr entdeckt zu haben, also das soll nicht mein letztes Buch von ihm gewesen sein. Ja, und damit beenden wir dieses Video, ich hoffe, ihr hattet Freude daran, ich hoffe, ich habe euch eher Lust gemacht, das Buch zu lesen, als dass ich euch abgeschreckt habe, wie gesagt, es ist auch völlig verständlich, wenn ihr keine Lust drauf habt, aber ich würde mich freuen, wenn es der eine oder andere, die eine oder andere vielleicht trotzdem liest und dann nochmal zurückkommt und mir die Gedanken mitteilt oder vielleicht macht ihr selber ein Video dazu oder einen Instagram-Post oder so und sagt mir Bescheid, damit ich es nicht übersehe. Ich würde mich sehr, sehr gern über dieses Buch austauschen, also schreibt mir gerne eure Gedanken zu diesem Buch, falls ihr es schon gelesen habt, in die Kommentare, schreibt mir auch gerne in die Kommentare, was ihr vielleicht sonst von Thomas Kunst gelesen habt und empfehlen könnt und auch sonst eure Gedanken zur Shortlist interessieren mich auch sehr. Was haltet ihr von der Shortlist? Seid ihr zufrieden? Hättet ihr euch andere Titel darauf gewünscht? Welche Titel von der Shortlist habt ihr schon gelesen und welcher Titel von der Shortlist ist euer persönlicher Favorit? All eure Gedanken gerne in die Kommentare und ansonsten sehen wir uns dann im nächsten Video wieder. Mal gucken, was mir das nächste Buch auf der Liste so geben wird. Ich wünsche euch wunderbare Lesestunden, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss!